Nun sag schon deine Meinung. Ich finde, du solltest dir Gedanken machen, warum du weggerannt bist. So. Wenn über Nacht kein Gast spontan im Ofen ein paar Spiegeleier macht, uns die halbe Hütte abbrennt und dann auf eine Nachtwanderung aufbricht, haben wir bis morgen früh geholt. Touristen sind hier oben bei euch nicht sonderlich beliebt, oder? Doch. Aber nicht die, die sich überschätzen. Die wir dann retten müssen und unser Leben riskieren. Dich von der Theke zu holen, war nicht gefährlich. Keine Sorge. Und den ersten Tag hast du übrigens richtig gut gemacht. Ja? Trotz Kartoffeltaufe. Willkommen auf der Kaiserein.